Nein, er geht doch nochmal! Halt die Verstärkung! Ja, da ist die Verstärkung! Hallo. Muss nicht sein, oder? Moinsens! Und hallo und herzlich willkommen bei eurem Commander Riga mit dem Robert Watch Dogs Part Nummer 16. Ja, Achtung! Ich würde den Typen erstmal hacken, weil dann kannst du dir erstmal einen Überblick verschaffen, wo alles ist. Ohne Scheiß, du musst ja auch erstmal gucken. Was musst du? Ich muss darüber. Das heißt, ich kann schon mal... Der verbreitet sich da der Interesse rankommen. Damit ich da gleich direkt durchhuschen kann. Jetzt muss ich aber... Du hast eine Schwachstelle erkannt. Ja, wunderbar. Da muss aufpassen, der ist Judo-Lehrer. Auch guck mal, der ist aber auch entspannt. Ne, damit mich die Leute, wenn ich da gleich durchhusche, nicht entdecken, schaue ich mir erstmal an. Da muss auch noch einer. Das war der Typ, der uns eben vorhin... Ne, ne, nicht uns. So, das sollte für den Anfang reichen, aber so wie ich mich kenne... So wie ich mich kenne... Was machst du denn jetzt? Ich guck doch nur, ob da noch irgendein anderer... Pass auf, du musst die Leute auch mit deinem geistigen Bullshit... Entschuldige, ja, du hast ja recht, gut. Aber den Part kannst du ja eigentlich übernehmen. Ne, weil ich nicht weiß, was du vorhast. Solltest du aber. Ja. So, ich warte jetzt, dass der Kollege... Na, ich versuche erstmal... Also gehst du unten lang? Ja, ja, ich muss ja da hin. Das ist oben, du musst erstmal oben hoch. Nein, das ist nicht oben. Okay. Soll das oben sein? Er hat eben gesagt, du musst nach oben. Ja, aber das ist doch für mich eindeutig unten, weil... Ja, okay, 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 okay. Peace of A-Town. Ich würde die Pumpe nehmen. Du, 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 du... Bugs Bunny Show. Jetzt ist... Wir müssen nach oben hin! Ja, ohne Scheiß. Es wird ja jetzt gerne durchhuschen. Ja, gut. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Nur... Jetzt sag mir nicht, der Läuft hier gleich hier lang. Du musst doch die anderen im Auge behalten, ne? Nein! Wer bist du, Alter? Alter! Was muss ich denn jetzt wieder hacken? Du musst jetzt mal um. Ohne... Jetzt muss ich hier wieder raus? Das war gerne, das war auch angenehm, wie er es gemacht hat. Na, da kannst du jetzt irgendwas klingeln lassen oder so oder aufzug oder irgendwas machen. Okay, irgendwas klingeln lassen. Ich kann aus seiner Perspektive erstmal hier gucken, wie er mich gleich anguckt. Ja, gut. Das heißt, ich muss den Kollegen irgendwie... Du musst die Tür erstmal aufkriegen, ne? Ja, ja. Da ist wahrscheinlich irgendwas drin. Also geh doch mal in die Kamera vornehmen. Da drin ist nichts. Da links ist ja das Ding zum Hacken. Nur irgendwie musst du da hingucken. Oder das Ding befindet sich in der Etage irgendwo höher. Da, wo ich eben hinrennen wollte. Ich weiß nicht. Der macht gar nichts, der Kollege. So wie er da steht, machst du auch nichts. Momentan nicht, das gebe ich zu. Tja. Ich komm da aber auch nicht rein in die Kabine. Oh, doch, doch, doch. Ich komm rein. So. Ja, ja. Nimm erstmal den Feuerlöscher. Wir müssen den Lärm, also... So. Hat ein IQ von 150. Wenn der Kollege, der Herr Schütze... Der Herr Schütze... ... eine IQ von 150. hätte. Das Ding ist gehackt. Das war aber nur ein Schlüssel. Naja, egal. Reicht das erste, denke ich. Das Ding haben wir noch gesucht. So, schauen wir mal. Ich denke mal, weil es wohl eingezeichnet ist, ist das jetzt ein Zeitzünder. 1 zu 3. 1 zu 3. Ja, wie schwer. Es hat nicht. Das Ding. Ist ja nun wirklich... Keine... Besonders... Ups. Hässlich wie die Nacht? Ich hab ihn gefunden! So, was muss er jetzt machen? Den Kollegen finden. Wo ist er? Hier irgendwo? Er ist hässlich wie die Nacht, ja? So hässlich ist der jetzt nicht. Scheiße, der Typ, der einfach so links da doof sitzt. Hallo. Alright. Wie krieg ich dich jetzt vom Dach? Krieg ich dich jetzt vom Dach? Ähm, ja. Ich würde was sagen. Du kannst wahrscheinlich mit irgendeinem interagieren. Und irgendeine Werte oder so. So, zumachen. Naja, der wird da jetzt schon... So kommt der runter. So, das heißt... Fack, Keller. Die sind im Keller. Im Keller. Wie komm ich... Wie komm ich... Wie komm ich denn... Links ist auch noch ein Typ, ne? Ja, ja, aber wie krieg ich das Ding auf? Wir klettern. Das bringt mir jetzt auch nicht viel. Jung, wenn du ein IQ von 150 hast, gib mir doch mal. Guck doch mal, wo da die... ob du da hin... ne. Okay. Das Ding muss hier aufkriegen. War rechts. Tatsache, sehr gut. Besten Dank, Mr. Wingman. Ja, und dafür bitte. Man kennt mich... Das muss man aufpassen, muss ich nicht in den. Ja, ja, das wäre dann schon kacke. Das ist ja auch schon kacke. Aber eigentlich musst du das treffen. Ja, nur fahr. Obelinks. Ja aber ich dachte nicht... Obelinks... Ich dachte, es wäre auf einer Etage höher gemacht. Ja aber ich dachte obelinks... Ja, aber ich dachte immer... Kleine, mir schon sagt, es war mitten im Knastland. vor allem in welchem aufzug hat man empfangen da soll ich jetzt hin ja es wurde kein stiller alarm ausgelöst ja noch nicht ja rhein und razzamba entriegeln schelmann runde ich habe doch entriegelt über erst mal die waffe holt das ist noch kein entriegeln hier ich würde mich langsam behalten langsam wird die waffe warum ich habe eine waffe wieso maus hauptsache wir haben 120 schuss fokus wo ich bin ja gut ist auch jetzt habe ich also akzion besser der kriegt man drücker mal vier ektar zu springen ich habe die probleme Das ist doch mal eine Waffe, die nach meinem Geschmack ist. Ja, brauchst du nicht zielen, ne? Das ist korrekt. Ja, komm. Tschüss. Jetzt kommt hier der Endgegner, oder? Den korrupten Wärter. Ja, Kollege, dann... Ja, 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 ich muss irgendwie das Ding da... Das ist doch die Kamera. Ja, ich muss irgendwie... Auf das sprengenden Ding. Ja, ich weiß, aber ich muss die ja irgendwie da hinkriegen. Ja, und drauf. Toll. Ich würde auch mehr, äh, nachfahren als immer nur einen Schuss. Ja, jung, 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 doch nicht da hin! Alter. Geht der Ochsen jetzt schon wieder auf den Sack hier, ne? Nein. Da war noch so ein Sprengding, oder? Ja, irgendwo in so einem Tag. Ja, aber wenn der da durchgeht, warte mal, du hast hier gerade die Hände vor die Fresse gehalten. Guck mal, ob der das auch macht. Meinst du, ich krieg den Nahkampf, oder was? Nein. Ich glaub, du kriegst den so gar nicht. Was ist denn da die OCP? Nimm die da mal, das ist ein Maschinengewehr. Ja. Wir müssen ja übernehmen. Junge. Du hast ein paar Löcher im Rücken, Alter. Wollte ich grad sagen. Hast du die Knade genommen? Nein. Aber noch ein paar Schuss. Nein, er geht doch nochmal. Ja, da ist die Verstärkung. Hallo. Musst nicht sein, oder? Ey. Komm, Ranja. Hör mal. Ich bin jetzt mal gespannt, wo der PS4-Controller ist, bei mir noch nie geflogen. Der ist ja auch nicht geflogen. Oh, naja, das ist ja ablegen. Das ist ehrerlich. Soll ich? Willst du? Ja, ich. Ja, das ist so ein bisschen Action. Ja, ja, ich meine, ich hab's ja fast geschafft, aber... Guck mal, was hier für ne Knarre ist. Nochmal so ein Ding. Maschinengebär ist das mein Freund. Aber kann ich nicht. Ne, halbautomatische. Ja, die ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Neunsehens, mal kurz hier durch die Luschi machen. Man muss dem Krieger erstmal erklären, was muss man machen, was ist zu tun. Und dann macht er... Und wenn es auf Fresse geben soll. Genau. Der Herr für's grobe. Wie nutze ich denn den Fokusboost? Durch die Pillen, ja. Das würde ich dann aber erst einsetzen, wenn der Kollege da... Wenn der Kollege zur Einsatz, äh, zur Tat schreitet. Achtung, sobald du rein gehst, ne, geht's los. Jetzt schon? Ja. Warum? Die hab ich doch so hingekriegt. Ich würd's machen, wenn der Werther kommt. Wenn der... Der Endboss kommt. Oder, wenn die Kollegen... gerade reinkommen. Die sind schon bereit gewesen. Ah, das war kein One-Hit. Mal nachladen, bitte. Keine schlechte Idee, äh, keine gute Idee. So, der eine ist auf der Erdplatte. Zeig mir dein Gesicht. Zeig mir, wer du wirklich bist. Beamt der Palette! So, da hinten ist noch einer, danach kommt der Endboss. Ja, nur, mach doch mal ein paar Meter auf ihn zu. Hallo, pass auf. In der Zeit, in der ich jetzt hier bin, weißt du? Ja. Ich höre. Sammelst du schon mal, oder was? Oder, lässt du dich gerne anschießen. Bitte! Ja. Also, wenn du mit der Waffe den Kollegen nicht runtergeriffst, dann war er die auch nicht. Ich hab ja die schöne Pumpe. Ja, die Pumpe ist schon besser. Wo ich sehe. Noch nicht. Ich würd mir noch nicht die Fokus bilden. Erstmal so ein paar Sprengfallen. Ich will die aber haben. Aber doch nicht jetzt schon. Ich kann ja auch nicht nehmen. R1. R1 ist da. Jetzt mach Spreng. Und ab geht's. Ich würd's nicht mit der Waffe nehmen. Hab ich auch gerade gemerkt. Lock ihn weiter. Nimm die Kampfer an. Diese scheiße Ecke geht mir immer im Sack. Auf, 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 auf. Auf. Lass mal. Nachladen. Nicht. Ja. Mit der Steuerung? Also, ich weiß nicht. Ja, die Steuerung ist ein bisschen irgendwie... Ich weiß nicht, ob wir uns anstellen wie Deppen. Ja, so ein bisschen schon. Ah, jetzt hab ich den Profis. Ah. Ach du, weil du den nicht mehr voll hattest, den Kollegen. Ja, ich glaub, die halbautomatische war doch ein Stück besser. Du sneaky Typ. Du weißt schon ganz genau, wo die, wo die Kollegen kommen? Nö, ich wusste ja nicht, dass er so schnell tot ist. Perfekt damit! Perfekt damit! Perfekt damit! Perfekt damit! Ja, nur! Ja, ist so gut. Geh in Deckung! Gerne gemacht, Krieger. Gerne. Ne, du kannst es ruhig weiterkommen. Komm! Es gibt manchmal Momente... Du gehst mal zu den Typen. Zu welchem Typen? Zu dem Jabobabo. Jabobabo hat aber nicht... Ne, nicht der Jabobo. Der andere. Ich hab mich ein paar Sachen absagen. Was wird so... Ne, hier gibt's nicht mehr. Wo ist der Jabobabo? Da ist der Jabobabo. Verlager eben. Der ist abgehauen, der Hurensohn. Ich dachte, wer da drin. Naja, gut. Fahr hier... Electricity hier so ein bisschen. Electronic bisschen aufsammeln. So. Da ist der Jabobo. Wie sind wir da hingekommen? Am Wächter vorbei. Tatsache. Ruhlspranger. Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse... Die machen es einem echt leicht. Ja. Sehr realistisch. Kennen wir uns? Was? Das ist der Iron Mike, Alter. Nein, nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Ja, das dachte ich mir. Also du... Sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Was hat er denn gemacht? Quick E-Markt... Wir... Auseinandergenommen haben. Eis geklaut. Kannst du das lesen? Ja. Nein, ich kann keine wohl lesen. 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine Alternative zu. Falls du deine Geschichte unbedingt... den Wollen erzählen willst. Oder einen Deal mit ihm machst. Was? Was? Siehst du das hier ab? Nee, was? Das ist ein iPhone. Ich bin doch gar nicht. Nee, aber... Ja, schick mal. Du musst dich rumdrehen und du musst dir aufzug bestehen. Wir tätigen irgendwie wahrscheinlich. Tada! Da ist auf einmal eine Tasche. Na, und jetzt kommst du raus, als wenn du... Jetzt komm ich als wieder Endboss raus. Nur mach! Sag doch mal, Ladezeiten. Guck. Beruf, Fehler. Alter, Fehler. Hast du einen Fehler gemacht? Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatz 3 erbietet Verstärkung. Ja, guck mal, weil du vor der Tür auf dich wartet. Ja. Du musst einmal um die Ecke reden, genau. Ja, was gut. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich richtig. Audio locken wir uns mal mit, weil da kommen wir wahrscheinlich nie wieder hin. Jamcams? Nimm mit. So, wie komm ich denn hier raus? Wenn du mal da rechts guckst und dann guckst, wo du das Teil entschärfen kannst. Ja, gut. Einen Regeln. Ein bisschen. So ein geiler Typ. Ja, ich geh dann mal. Stopp sofort, sonst schießen wir. Hallo, ich wollte stehen bleiben. Oh, vier Sterne. Du bist doch mal was. Ich würde direkt mal so einen Jammer einsetzen. Was soll der Geiz? Sollen wir das mal mit dem Heli ausprobieren? Du konntest ja jetzt mal probieren, ob du das ausgehen kannst. Achtung, man muss doch aufpassen, dann kommt sie nicht so einmal rum in der Betonmauer. Da ist übrigens kein Ausgang. Alter. Das könnte aber im Kreis haben wir. Die müssen wir auf jeden paar Mal weiter, ne? Ach, da geht's auf einmal nicht mehr lang, ja? Ach, da geht's auf einmal nicht mehr lang, ja? Hey, was ist das denn für ein verrücktes Parkhaus, alter? Soll ich mal gucken? Hö, guck mal. Das ist kacke. Was ist kacke? Dass du das jetzt während der Mission auswählen kannst. Ja, ja, gut, aber... Soll ich nicht loswerden? Ja, mach. Du kannst ja erstmal beweisen, dass du es auch ohne kannst. Soll ich? Oh, eigentlich soll es nicht so schlimm sein, ne? Ich meine, du hast mal 10 Minuten Zeit, das soll sie auch durchschaffen. Du hast ja gesehen, wie es geht. Ich meine, immerhin sind es vier herstellen, ne? So, Mr. Navigator, Vorsicht. Ich komm. Der sagt mal, wo lang? Ich würde auch mal so langsam rechts, genau. Und ich würde jetzt links. Ja, äh, halt links. Das ist auch okay. Links jetzt. Andere links, genau. Ja, nee, weil ich gucke mal auf die Karte. Da ist ja nicht so viel, was links kommt, ne? Da ist rechts im Rücken. Okay, wo ist jetzt der hier, der Heli? So? Über dir. Ja. Du weißt, was ich meine, du Spackung. Was? L1. Ich muss ja so schnell hier erst zusammen basteln. Und, ähm, links, oben, links. Aufgeschlossen. Vorsicht. Sorry. Das steigert natürlich, wenn du ein Zivilist tötest, sorgt das natürlich erstmal. Mal sehen, vielleicht krieg ich mal 5 Sterne. Natürlich kann ich allerdings mal 5 Sterne bereiten. Das ist kein Problem. Warum nutzt das dann wohl nicht? Warten. Ich schaff's auch ohne. Locker. Easy. Das ist ja easy. Jetzt. Ich will den verantworten. Jetzt. Wir sollten vielleicht mal fahren mal ins Versteck und leg dich mal hin. Um die Punkte loszuwerden. Genau. Weil sonst haben wir jedes Mal irgendwie 4 Sterne am Hals irgendwie. dann schauen wir mal wo es ist. So mal raus. Genau. Runter. Da. Die gelben Dinger sind auf Versteckung. Das sind schnell. Doch, das ist ein Versteckung. Die war noch grad nicht hinter mir. Die Autos. Ich drehe mich einmal und zack. Boah, die liegt da. Aber jeder. Also ich finde, die Fahrart und Weise wie das Teil fährt. Ich habe nicht auf Handbremse gedrückt, ne? Ne, Handbremse bringt gar nichts. Das haben wir sehr jungen Familie mit Aktion Mhinschen. Du musst rechts. Das war schon. Aber wir wussten schon, dass es noch eins ist. Du hast also was neu. War Kacke, ne? Spannend, oder? Komm, triff mich und ich erkläre. Wer zählt? Erzähl's. Dann treffen dazu. Man merkt, dass sich die Kritik von euch an das Herz genommen hat. gesagt hat er möchte gerne für euch ein bisschen besser fahren ja und kaltes versteckt bombastisch fast so geil wie hier so der herr du spielst du hast aber sechs minuten zu nehmen machen wir nach der frühe vogel fängt den wurf frühe vogel ich habe jetzt die studentischen 15 minuten vergessen weil was bringt das dass du dich schön den klamotten so ja du darfst ja ja guck mal erst mal so guck mal hast du da noch basteln kannst ja sicherlich genauer pin alter nie basteln ja was hier noch drin ist ja macht doch nicht direkt alles zu junge was gibt bei dir so basteln mit l1 und was nie erst mal da reingegangen ja dann das ist ja nichts drin das ist oben links ok oben rechts herstellen wie kann ich denn zwischen den linkern wechseln und innerhalb dieser dinge haben wir können einfach drauf und loslassen jetzt geht es nach unten rechts ach so das ist ja jetzt verstehe langsam ja gut ich meine wir haben ja genug erst mal ich nehme allerdings ein hier so ein bündchen sondern so ein türmchen einverstanden dafür wäre es sinnvoll wenn du auf die karte gehst und hier einen wegpunkt setzt oder erst mal eine karre besorgt da stehen 100.000 moped bei regen scheiß drauf nimmst also das fahrsystem und die fahrdynamik was war die fahrphysik ist eh für den arsch bin auch nicht so zufrieden ja komm im süden waren wir noch nicht so oft wenigstens hat er im linker gesetzt ich würde auch mal interessieren wie detailgetreu das von chicago gemacht worden ist das frage ich mich auch weil chicago so an sich kenne ich jetzt nicht ich kenne nur diesen diesen bullen diesen börsen bullen der ist in chicago das michael jordan und ein motor geht mir zu langsam ab hier finde ich ich meine ich drücke durch was ich bin ja nicht wesentlich schneller ist nach vorne gehen ich lehne mich nach vorne durch nämlich wirklich es passiert nix halte mal eine spur dörfer sagt es was denn sagt es ist meine was du sagen willst weil ich so vorbildlich fahre direkt am nächsten was digitale trips nicht verfügbar die karl ist doch mal geil setze ich du mal rein dass wir ihn haben kann wir denn ach so sind ja direkt freigeschalten so wo ist denn hier unser nächster punkt der ist eigentlich nur hochklettern ja ja nur ich suche ja irgendwas worauf ich hochklettern kann ja du bist du kannst du ach dir doch nicht bleib doch mal ein schub an junger muss von der brücke darüber kannst du nicht das glaube ich nicht mit dem motorort da wird es trotzdem mal die die seite rüber und da und dann hoffe ich trotzdem mal dass das ist hier irgendwie hoch geht bühne ja mehr nicht drüber wir holen mal die rauf schön mal rum und für mich kommt ernsthaft ich verraschen ich verraschen wohnen dummisch war auch schon siehst du was also siehst du irgendwas was ich nicht sehe ich würde erstmal das handy raus holen und gucken ob du das machen kannst du kannst auch vielleicht über die kameras da hoch medien hier töten das du kannst auf jeden fall vom nachbargebäude von der anderen seite darüber sicher ja man darf also du bist ja hier unten durch gelatscht das heißt ich glaube da jetzt hin links welchen nachbauen heute meinst du denn renn einfach raus wenn einfach rennen einfach raus da geht nicht schon ein bisschen langsamer jetzt nicht machen in real life ja schneller da oben kommt so tatsache und das eine brücke ach du schweißen so bin ich ja und das schaffst auch so wir können sich die animation schon mal besser aus als bei welten das stimmt allerdings dass es backen will wirklich ein bisschen rum bei denen aber das ja nicht wenn wir so was denn ja ich suche das entregelungs ding jetzt schwachsinn ja einfach durch einfach durch das ding ist zu dann geh oben rum geh oben rum was war das rote versorgung ist wahrscheinlich das ding das ich freischalten sollte so kollega hat immer wieder zeige ich dann jemand hat klingelang wobei da merkt man jetzt schon endlich mal wieder ein vor ort das ist nicht mehr die aufzulee und habe auch immer ein versteck frei so jetzt frage ich mir trotzdem schauen wir auf die karte der punkt der kollege sie hier ist es eben schaltet bezirksverbindung frei so ich halte interessante orte frei ja dann würde ich mal sagen krieger dein nächstes stil ja in dem sinne bis zum nächsten mal tschüss hau da jetzt noch mal raus weil gehen jetzt trainieren trainieren hier ich muss fortsetzen machen ja du musst auch fortsetzen tschüss hau da